moin moin meine lieben leute und willkommen hier auf meinem kanal mit einem neuen spiel und zwar lost in random gerade erschienen im store wir gucken uns das ganze mal an buch jetzt muss ich hier noch die ganzen disclaimer durchlesen muss ich echt runter gehen ich kann aber bestätigen gut so wir spielen das ganze auf der xbox series x gucken ob wir etwas cooles einstellen können auch text und sprache wollen wir untertitel hintergrund transferen ok deutsch ist richtig haben wir anzeige das erspannend kammerwinkel ok ja ist jetzt nicht so viel das einstellen kann ob es komplett angepasst an unsere xbox so starten das ganze neue spiel ich bin sehr gespannt es hat ziemlich cool aus bei den in die was ich gesehen abonniere ich mich nicht mehr von mir drehen muss die power of randomness was celebrated by all those with dice we're all in to shape their destinies and the bravest you would challenge each other in games of chance und dann und dann und dann und dann Und? Hol dir die Würfel, Läcki. Habe ich. Achtung, muss ich alle holen. Okay. Ah, ich kann auch hauen. Angreifen, halte ich es für einen schweren Schlag. Okay. Weg mit dir, du Affe. So, wir holen uns die ganzen Energiedinger hier. Hä? Okay. Oh, da hinten sind noch welche. Die nehmen wir auch noch mit. Klick, klack. Die auch. Würfeln, werfen. Was jetzt? Aha. Wow. Das ist mal ein fetter Schlag, oder nicht? Okay. Mal gucken, was bei der Story noch kommt. Oh. 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 Der Zufall ist fair, der Zufall siegt und langt lebe random. Gucken, was passiert. Ich bin die Königin und meine Dark Dice wird entscheiden, dass dein Geist. RANDOM RULES! Du hast das, Bernard? Du bist ein Sixer. Oh, wow! Ich werde in der Königin des Dremes für den Rest von meinem... Nuh-uh, du bist ein Dirty-Three, um zu leben, um zu kämpfen und zu kämpfen. Das ist Verzweiflung. Und so ist es, dass du einen allmählichen Dice-Sneke-Guy hast. Stopp, ihr Leute. Wollt ihr das auf. Wir sollten wirklich gehen. Es ist nur ein Spiel, Siss. Även, ich versuchte Mom und Dad, dass du nach Hause gehst. Der Königin! Es ist der Königin! Die Königin, das ist die Königin, ne? Hey! War das wirklich notwendig? Komm schon, schnell! Jetzt müssen wir wirklich gehen! Okay. Warum müssen wir weglaufen? Abgefahrenes Design. Odd, warte! Bleib hinter mir, Siss! Wir müssen nach Hause gehen und schlagen! Jetzt! Folge-Ord. Okay, das machen wir. Wo? Wir beilen hier. Das Spiel ist erschienen, glaube ich, für alle Systeme. Ich glaube, es lässt keins aus. Was natürlich sehr cool ist. Wir spielen für die Xbox. Oh! Wir spielen für die Xbox. Äh, sieh? Ich schieße. Sehr cool! Das Art Design ist aber ziemlich cool, finde ich. Echt Laune. Sprengen kann ich aber noch nicht. Also hier kann ich zumindest nicht springen. Random Rules! Random Rules! Das ist Nanny Fortuna. Sie arbeitet für die Königin, um Kinder für ihre. Oh! Was das? Ja, dachte ich, dass ein Kind der Sie hat eine geile Synchronstimme da, die Alte oben. So, ist ja noch das Tutorial, würde ich behaupten. Ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht. Die sind hinterherlaufen, es wird nicht so spannend, gebe ich zu. Evan, odd, wo hast du denn? Wir haben Angst, wir haben Angst. Ich bin sorry, Vater, ich versuche es. Es ist kein Zeitpunkt. Sie wird hier in jedem Moment sein. Quick, komm her. Ach, die verstecken die Kinder, damit die Königin die nicht holt, oder weswegen? Happy Birthday. Oh, Evan. Und ich habe ein Besuch für Sie. Es ist so schön. Mach ein Wunsch. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh ja, sie sieht aber mächtig aus. Ich habe den mal bei Herr-der-Ringe-Design abgeguckt. Ob der wirklich fair ist, der Würfel? Ich bezweifle es irgendwie. Jetzt, roll die dice, und wir sehen, was du wirklich bist. Was bedeutet hier eins? Hä? Es hat auch geschummelt gerade. Um in the Sixers Palace, where, it was said, all dreams came true, but Even's Nightmare was just beginning. Hmm, okay. So schnell kann ich gar nicht lesen. Die Xbox lädt einfach zu schnell. Ord? Wo, wo bist du? Ich komme für dich, Sis. Hold on, Ord! Ord! Ist immer so ein bisschen künstlich langgezogen, sowas fände ich ja, ne? Tell me where you are, Ord! Help me find you! Ord! I'm here, Sis! I'm coming, Ord! Ord! Da ist sie. Oh, oh! Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Oh, wer ist das denn? Die Töpfe und Du. Schieß auf Töpfe, sammle Münzen, investiere sie im Kartenladen von Moneydecks. Bei Psychonauts waren die Übergänge cooler gemacht, muss man zugeben. Ähm, kann man jetzt auch nicht unbedingt vergleichen, aber... Ja! Ja! Okay. So, hier kann man uns umsehen, das zeigt nochmal an. Kann man sich alles angucken. Kann man sich alles angucken? Nichts und ich schreiten. Das ist das, was ich zu sagen, was mir sicher passiert ist. Weil sie wirklich sind. Ähm, so sie hat gesagt. Also, wie es die Kartenfache von Fivetown, die krönigartigartigartigartigartigartigartige Kartenfache, die leidigartigartigartigartigartigartige Föreste, die immer noch mal jemanden gemacht hat, war von den Schnellmann. Ein mysteriöser Zählen. Ja, die Zwille. Die sehen aus wie aus Holz geschnitzte Figuren, oder? Sie sah sogar auf das Spiel, die Grunde nach ihr fühlte. Das war das seltene seltene Tiere, die sie auf der Nacht, in der sie nahe war. Sie wussten sogar, dass ihre Eltern hart gebrochen werden, als sie wohnen und sie verstanden haben. Aber sie musste gehen. Sie hat gut zu wissen. So, ich glaube, jetzt geht es auch richtig los erst. Hoffe ich zumindest. Yes, okay. Jetzt ist sie auch ein bisschen flotter unterwegs. Springen kann ich aber immer noch nicht. Aber ich kann sprinten. Das ist schon mal gut. Das hier ist so ein Ausweichmanöver. Oh. Lustigerweise heißt sie Astrid Lindt ein Zweig. Ähm, der Name ist nicht für ungefähr, denn Astrid Lindgren ist ja theoretisch der übersetzte Name aus Schweden. Grähen steht ja für Zweig oder Ast. Und Lindt wird wahrscheinlich nur die Abkürzung sein. Also von daher, lustiger Name irgendwie. Ich bin ein Geist auf der Spur. Oh, darling. Du musst versuchen, deine Freundin zu finden, nicht wahr? Ich bin Angst, das Vergangenheit ist das Vergangenheit, Kind. Ich muss an dir vorbei, Astrid. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once I do. And I know how important imagination can seem. All right, all right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Spare ich. You're quite welcome, young Miss Evan. And stay away from the outskirts. Okay. Wo ist der Geist hin, ist die Frage. Links oder rechts? Okay, geht mal links. Da ist er. Warte, bitte. Warte. This was Onecroft. The world, in which Evan and her small family live. Eins felgen. Like all oneers, they haul junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The queen willed it and no one would dare repose her. And that was enough for everyone. Everyone that is, except even. Come on, Burn, just hit it. It's right there. Yeah, he's trying, Lucky. What are you doing here anyway? Yeah, even. Are your parents letting you out after dark now? Aw, that's so great. I know after Autumn had to leave. They've been more protective of you and it's just so great to have you here to play even. Thank you. You're new. These two idiots are getting on my nerves. Hey, Lucky, that's mean. Aw, sucks. I know I'm not the smartest, but I try real hard. Oh my gosh. I'm so sorry. Wow. Sensitive much. You guys are so touchy. Was macht ihr alle hier? We're playing. She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing. We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. Synchronstimmen sind gut, aber die Bewegungen sind ein bisschen hölzern. Soll vielleicht auch so sein. Ich weiß es nicht. Naja. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You're getting a load of these bloobs even. Lucky, sei nicht so fies. Listen. Even. It takes two to be a jerk. One to be the jerk. And the other to be an even bigger jerk by pointing it out. Meine Schwester ist eine Sechserin. Hat. Ist eine Sechserin geworden. Und das war nicht so toll. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky. And. You meant how come even things you think it didn't work out, Lucky. Ich glaube, sie sucht mir aus Sixtopia eine Nachricht zu schicken. Ha. You're right. Like a Sixer would ever care about her one. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery even. See you later. Okay, wir können hier aber auch irgendwas schießen. Was spießt denn? Schießen auf den Topf da? Nee, da hinten auf die Dinger drauf. Whoa. Not bad even. I knew you could do it. Lucky shot. I'm not impressed. I could do that too, if I wanted. No problem. Das war großartig, Evan. Hey, schau. So, ich glaube, wir müssen hier längs. Wenn wir hier runter hätten, waren die Dinger, die da standen. Dann gehen wir hier längs. Oh, da steht doch schon wieder ein großer. Tagebuch und Karte. Gucken wir uns das mal an. Also, Tagebuch. Nach einem ausgeweinlichen Traum durchsuchte Evan ihr Haus irgendwas. Und bald fand sie es auch. Das Spielzeug ist die Odd. Okay. Die Karten. Oh, die Karte sieht aber cool aus. Okay. Gut. Wer ist denn der Fischmann hier? Rita Moortopf. Ja, ich suche einen Geist. Ich glaube, es könnte meine Schwester sein. Aber sie braucht meine Hilfe. Nervst. So. Hier links. Das ist der Geist. Das ist der Geist. Bleib bitte bein. Irgendwas für den Geist mir noch zeigen. Manfred Morra. Das sieht aber nicht so nett aus. Hast du einen Geist gesehen? I see ghosts all around us, child. Ghosts of the way the world used to be. And how it could be still, if the queen would ever to die. But of course she can't. She can never die. Okay. You've heard the good news, haven't you? Klemm ich auf. The queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her. Because you know, her rule is law. She is eternal. Du mein Schwachkopf. Und das sind gute Nachrichten? She's never wrong. She makes the rules. Uh, und sie macht ihr. Random rules. And they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me. Upriding a shining spider stallion. Notice as my loverer. Notice as my worship. Naja. Nehmo los. You can't escape it, you know. And no one can. It's all perfectly designed. I love every minute of it. One town was unique. We rennen nochmal hinterher. So, irgendwas wird er uns ja zeigen wollen. Dürfen nicht in die Außenbezirke. Das machen wir jetzt trotzdem. Äh, was muss da ja kommen. That strange figure. Even knew that her fate was changing. That her future was suddenly filled with unknown. And she also had the distinct feeling, that she wouldn't be back home for quite some time. Die Erzählstimme ist ganz nett, finde ich. Also optisch sieht das Spiel auch ganz cool aus. Also es ist jetzt nicht so ein Grafikkracher, aber der Artstyle, der gefällt mir wirklich sehr gut. Wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Ich mag ja auch die Tim Burton Filme und so. Das erinnert mich alles so ein bisschen da dran. Ist das ein alter Würfel da, oder was ist das? Das ist ein alter Kasten. Ich weiß gar nicht, ob ich runterfallen kann. Auf jeden Fall balanciert es immer. Müssen wir da rein zu dem? Machen wir einfach mal. Was sind das für Karten? Die klaut's ja einfach mal. Hier ist noch irgendwas drin in der Flasche. Das nehm ich auch mit. Kleine Diebin. Hat sie so ne Tasche wie Guybrush Treefoot oder Indiana Jones? Da passt alles rein. Belohnung. Geheimnisvolle Spielkarten. Diese Spielkarten sind grandios bemalt und schimmern bläulich, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel betrachtet. Belohnung. Punkte. Selbst mal Punktkreaturen auf zwei Beinen, die in einem Glas herumhüpfen. Okay. Da ist der Geist. Schwimmen wir da rein. Wui. Sorrow to her. Der Hafen. Müssen sie dir auf jeden Fall folgen. Es war kein Zeitpunkt, um zu denken. Eivin war weder zu Hause zu ihren Eltern, ohne Antworten, und mit even mehr Fragen als vorher. Oder sie war auf dem Boot. Sie fühlte sich einfach rüber. Sie fühlte sich zurück nach etwas Neues. Das Wasser können wir auch nicht. Hä? Ah da, warte. Oh, siehste. Was ist er da für ein Typ? Nehmen wir mal den. Hallöchen. Schlangenauge. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Missy. I ain't gonna force you into doing anything you don't want to. Oh, but before you go, a word of warning. Be careful out there, Missy. Tonight's the night the junk collectors come. His boats are here, and the guards over there don't let nobody close. The harbors hiding secrets tonight, Missy. Was machen sie hier? Oh, they load up the boats with junk, and take it to other areas of random. Though what for, I can't rightly say. Nobody who knows is willing to say. And nobody else can see for themselves. Everyone just keeps their heads down and does their job. Except for me. I don't do any of it. I'll never work for that rotten queen. It's safe travels. Ich rede nochmal ganz kurz mit ihm, weil, kann man nochmal mit ihm reden. Oder geht das nicht mehr? Ich hätte wahrscheinlich was tauschen können, gerade eben mit den Karten oder so. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Ich depp. Naja, egal. Die lassen weiter. Halt. Was haben wir noch alles ein, was hier so rumhängt? Mehr? Nee. Ich kann leider nicht springen, sonst würde ich irgendwo raubhobbeln. Aber das geht anscheinend gar nicht. Oh, ich darf wahrscheinlich nicht ins Rote getroffen werden. Das ist die Frage, was das rote Ding da macht, ne? Hm, also ins Rote rein dürfen wir auf jeden Fall nicht. Da fungier ich mal aus. Okay, warten wir kurz. So, der Schieb macht auf jeden Fall den Weg frei, wie man sieht. Das können wir bestimmt da rein. Konnten wir vorher nämlich nicht. Ah, guck mal, jetzt geht's hier hoch. Sehr gut. Und jetzt? Machen wir wieder runter. Oder? Perfekt. Kann ich's noch einsammeln mit dem Schuss? Nee? Okay. Gucken wir hier hoch. Was geht hier links? Okay. Oh, nein, 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 nein. Du musst hier nicht kommen. Das ist mein Reservspunkt. Du kommst hier raus. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Wie gehen wir jetzt auf das Ressorten weiter rein? Ich hab ihn nicht gesehen, den Typen. Hier können wir rüberspringen? Nee, können wir nicht. Dass ich nicht springen kann irgendwo rüber, das ist doch irgendwie merkwürdig. Naja. Wer bist du und warum versteckst du dich an Bord? Das ist super. Aber es gibt keine Plätze. Bitte, Hermann, meine Schwester steckt ein Schwierchen. Ich muss auf dieses Boot. Oh, für die Liebe? Okay, okay. Du kleine, kleine Gefreiber. Ich lasse dich in. Danke. Aber bevor ich das mache, haben wir uns selbst ein paar Hausrugeln. Ach, komm schon. Sei kalt. 2. Nicht nichts touchen. Und 3. Sei kalt und nichts touchen. Hm. Sehr gut. Mal rein zu Hermann. Was war nett von ihm, der uns reinlässt. So, was wir hier auf dem Boot machen, das finden wir erst beim nächsten Mal raus. Denn jetzt, glaube ich, haben wir schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Und ich hoffe, es geht weiter so. Es ist so ein bisschen mysteriös, das Ganze, aber es sieht sehr vielversprechend aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.